Weiß ich doch nicht. Ich will die acht Märtyrer. Ich will die heiligen. Versteht ihr? Sie sind bereits heilig. Die Götter haben ihr Werk bereits anerkannt. Es bedarf dafür nicht eurer Hilfe. Wollt ihr mich foltern? Bitte wiegt mir als nötig. Ihr dürft mir die Augen ausstechen. Oder mir die Zunge rausschneiden. Ich glaube eher, die Frau hat zu viel am Bohrenwein genascht oder so ähnlich. Nein, wenn du Bohrenwein nimmst, bist du ganz anders drauf. Irgendwas in der Kante auf jeden Fall. Ich rieche mal, rieche ich irgendwas, was mir bekannt vorkommt. Die Leute wirken irgendwie, als würde ich jemanden den Geist beherrschen. Oh, Arinoa, oh. Magistra, könnt ihr was erkennen? Ich fürchte, ich muss erst meine astralen Kräfte wieder sammeln. Natürlich, aber wir. Das geht mir eh nicht. Wer hat sie zu der anderen? Wir kümmern uns drum. Vielleicht zieht ihr vor den Bolzen raus und verbindet sie vielleicht. Hoffentlich versteht sich das von selbst. Lass ihn ruhig drin. Nein, wir werden den nicht drinnen lassen. Aber das macht mir nichts. Wirklich. Ich hab's doch verdient. Äh, ich glaube, ihr seid ein wenig verwirrt. Vielleicht will sie sich mit dem Laufe der Zeit... Was hab ich verdient genau? Was meinst du damit? Ich hab's verdient. Diesen Bolzen. Oder dass ihr mich foltert. Warum? Und... Weil... Weil... Naja, wie die Acht! Wie die Dimeter! Ihr wisst schon! Ich glaub nicht, dass das Masochismus ist. Ich bin ihnen da näher, wisst ihr. Ich fühle mich ihnen näher. Was? Weil... Ja! Also, die sind auf jeden Fall alle ziemlich bekloppt. Das... Das können wir feststellen. Ja. Wenn erstmal die Straßen frei sind, sollten wir sie ins neue Niten-Dorf bringen. Eine Art von Geistesbeamflussung vielleicht. So wie Korin nur sagt. Ey, das ist nicht normal, wie die Leute reden. Könnt ihr da denn nicht irgendwie göttlich was machen? Könnt ihr denn nicht die gute Herrin Raya um Hilfe bitten? Und den Geist der guten Dame zu befreien? Ist das möglich? Nun... Theoretisch ist das möglich. Ich müsste mich ein wenig mit ihr beschäftigen und... Sie untersuchen. Ich hab sowas aber noch nicht gemacht. Deswegen kann ich nichts versprechen. Dann tut dies doch mal. Vielleicht, wenn sie ein bisschen... Klarer wird im Kopf. Kann sie uns auch mehr Informationen geben. Wer auch immer dieser... Goldschmied? Goldschmied ist. Paios war ein guter Gott. Und er machte... dass... dass HeLa Horas sie gemeinsam verbrannt. Du ja wohl deine Klappe hältst. Ja, natürlich, Herr. Ähm... Nimmt sie einfach mit. Bringt sie in den Keller zu der anderen und ich werde mit beiden reden. Nicht! Nicht in den Folterkeller! Wer weiß, dass die mit den Geräten abstellt. Nehmt sie in den Folterkeller, die liegen da gegenüber. Nehmt ihr aber vorher den Bolzen raus. Am Ende bringt die sich noch damit um. Wir können die am besten auch in ein Tuch oder so. Sonst stößt sie sich noch den Kopf an. Und nehmt ihr den Gürtel ab. Vielleicht sollten wir sie fesseln. Ja... Er fesselt mich! Wird wohl reichen, wenn sie in der Zelle sitzt. Ich könnte mir auch die Zunge rausschneiden. Vielleicht wäre sie besser im Raya-Tempel aufgehoben, wo man ein Auge auf sie hat. Nun... Da ist leider niemand wirklich, um ein Auge auf sie zu haben, aber... Zeus, bind dir mal irgendwas zwischens Maul, damit sie sich nicht mehr die Zunge runterschlucken kann oder abbeißen oder so'n Blödsinn. Und dann nimmst du dir den Bolzen raus. Nicht, dass sie sich hier noch irgendwo anders reintreibt. Dass sie sich nicht gegenseitig verletzt. Ja, das sollten wir machen. Wir brauchen einen Boten. Wir müssen jemanden zum Neionitenkloster schicken, ob dort noch irgendwer ist, damit sie sich mit sowas auskennen. Gut. Weisenmacher, wir brauchen einen Läufer. Das sollte er haben. Gönn uns in der Stadt auf. Wenn ihr noch irgendwelche anderen dieser Leute findet, bringt sie alle zu uns. Jeder, der herumpredigt und kein Gewalter ist, wird eingesagt. Ja, wir können sehen, wie ein großer Knebel in den Mund von der Bäuerin geschoben wird. Und sie dann den Bolzen einmal links, einmal rechts aus dem Knie raustreten. Also einmal abbrechen, dass dann noch der Holzschaft zurückbleibt. Ein kurzes Wimmern wehklagen. Also wird ihr trotzdem, dass sie gefoltert werden will, tut das natürlich trotzdem weh, ist immer noch ein Mensch. Dann wird sie grob und unsanft in Richtung des Raya-Tempels gebracht von demjenigen, der sich wohl als Russ nicht vorgestellt hat, aber der wohl so genannt worden ist. Ah, was soll's. Ich denke, wir können es uns nicht leisten, zimperlich zu sein. Klappe zu, Affe tot. So, Läufer, wohin? Neu-Uniten-Kloster, Isarun, eure Nachricht? Ja, an das neue Uniten-Kloster. Offensichtlich geistig verwirrte Leute benötigen Hilfe. Selbstmordgedanken? Wie nennt man sowas? Suizid. Die will sich ja nicht... Naja doch, aber... Ja, irgendwie gestört ist sie ja, äh... Ja, Veranlagung zur, äh... Selbst... Wie sagt man, Verletzung? Sagt ihm, wir haben schon mal eine... Hier sind so viele Bekloppte und wir brauchen Hilfe. Lefthansche... Lefthansche Gedankengänge, gut. Äh, Yanka, wie gesagt, dann lauf du mal los, du hast es gehört. Sollen ein paar Neu-Uniten mitbringen, wenn sie da irgendwas abgeben können. Sieht ja ein bisschen außerhalb und wenn sie da nicht so viele Schäden haben, dann sollen sie mal einen runterschicken. Oder zwei oder drei oder alle, wie sie aufbringen können. Wie gesagt, 30 Leute, du hast hier gehört, los. Oh, Steine legen kann gelaufen werden! Was den Rest eurer Männer angeht, wir müssen vor allem die Verbindungswege zu den Toren und durch die Stadtviertel gesichert haben. Ebenso, wie bereits gesagt, soll jeder eingesagt werden, der Predigt und kein Priester ist. Ihr müsst mir meine Aufgabe nicht erklären, danke. Ob das Gold schon bekommen, eigenständig denken können wir. Die gefällt mir immer mehr. Ja, wie gesagt, kleiner 20-jähriger Bub, so möchtest du ihn meinen, aber kompetent bis ins letzte Mark. Ja, gibt da kurz knappe Befehle und schickt dann seine Waisenmacher durch die Stadt. Gut, dann haben wir uns jetzt erstmal um die Verrückten gekümmert. Was machen wir jetzt? Ihr solltet ein paar Schreiben aussetzen, Vollmachten erteilen, für die Öffnung der Nahausmittelspeicher, die Einrichtung von Nahausmittelnverteilungsstellen, dazu benötigen wir das Reichssiegel. Habt ihr es noch? Besprechen wir das doch an einem sicheren Ort. Wo? Da hinten. Weil ihr glaubt, irgendwer könnte uns überwältigen, von diesem schwachen Haufen hier, oder was? Aber ja, wir folgen euch. Gehen wir halt. Gehen wir ins Zelt. Wenn wir da im Zelt sind. Wenn wir z' Willen, aber mir! Ihr könnt doch nicht vor dem einzigen Söldnerführer vermutlich in der ganzen Stadt von dem Reichssiegel anfangen zu sprechen. Ihr werdet doch schon nicht mal da. Reto war noch da. Außerdem kann der Eiche auch noch, auch wenn er sich schon zum Gehen bewegt, noch hören. Wenn die sich entscheiden, dass er sich doch ganz gerne in die Kronen aufsetzen würde, sehen wir ein bisschen alt aus. Ihr wisst doch, wie so viele Söldner sind. Zehn von denen schaffe ich. Richtig, und die anderen 40 stechen uns ab. Wir hoffen, ja nicht jeder auch zehn schafft, schon. Er mag sicherlich seine Arbeit verstehen. Da er über den Code-Table gekommen ist, wird er auch ein Mindestmaß an Söldnerwehre besitzen. Aber trauen könnt ihr seinen Männern nicht. Deswegen, buff, setzt man Verträge auf. Gut, ihr könnt euch das ja überlegen. Äh, überlegen, was ihr in den Vertrag reinschreibt. Habt ihr denn überhaupt noch genug Geld, um sie für nächste Woche zu bezahlen? Dafür nicht aber genug Geld, um sie das ganze Jahr zu bezahlen. Wir, verzeiht, wir haben genug Geld. Wo habt ihr das Geld her? Aus dem Keller. Dir kommt auch noch an mehr Geld ran? Natürlich. Und und? Na gut. Aber warum brauchen wir jetzt das Reichssiegel? Können wir das nicht einfach als Rat der Helden beschließen? Innerhalb der Stadt, ja. Ich denke nicht, dass jemand sich anmaßen wird, jetzt noch eine Frage zu stellen. Nun ja, das Reichssiegel... Außerhalb der Stadt nimmt unsere Autorität wohl rapide ab. Das Reichssiegel macht das Ganze noch ein wenig formeller. Aber wir, wir wollen Nahrungsverteilungsstände einrichten und keine Armee ausheben. Ja. Wir sollten allerdings eine Armee ausheben. Wir wissen nicht, ab und wann ans Wind kommt. Der Raben und der Pflante, irgendwas glaubt's mir. Also, ich geh mal zu so einem Eimer in der Ecke, wasch mir erstmal die Hände, damit die wieder einigermaßen sauber sind. Einigermaßen zumindest. Ich schubse Abel mir weg und wasche mir zuerst die Hände. Hey! Meine Hände sind schmutziger. Könnt ihr euch nicht beide die Hände in derselben Schüssel waschen? Ja, aber dann hast du doch den Schmutz vom anderen an. Ja, ist auch ekelhaft. Sieht ihr das Wasser da drin an? Da sind mindestens drei Verwundete mitgewaschen worden. Oh nein. Ich brauche neues Wasser. Ich grinse Isau und Bülse an und wasche meine Hände weiter. Spritze sie ein bisschen nass. Ich schubse Abel. Abel mir! Ein wenig Spaß muss sein. Ja. Ihr tragt mich doch ins Grab. Galotte hat mich nicht geschafft, aber ihr kriegt's noch hin. Können wir uns jetzt bitte konzentrieren, was wir jetzt machen? Wir wollten nach Luring suchen. Südstadt. Äh, Boronange. Richtig. Wie lange brauchen wir dorthin? Haben wir Pferde? Nein. Pferde kommen da auch gar nicht durch, also teilweise muss man noch über irgendwelche Trümmerstücke klettern. Dann wird das ein strammer Marsch. Könnte nicht. Ja, was heißt strammer Marsch? Wie lange dauert das? Wo warst du auch dabei, als wir Selinian hinterhergelaufen sind? Länger als ein, zwei Stunden würde das wohl nicht dauern, bis man da ist. Okay. Bei der Trümmerlage wohl eher doppelt so normal. Also zwei Stunden, wenn wir aus der Stadt raus sind oder zwei Stunden von hier? Von hier aus vielleicht vier, würde ich denken. Ist doch egal. Vier Stunden zurück? Dann wird es schon dunkel sein, bevor wir wieder hinkommen. Dann lasst uns gehen. Wir sollten uns aber Fackeln mitnehmen, nicht dass wir da in hunderte von Untoten laufen. Ich meine wirklich, die Fackeln würden uns dann helfen? Ja, aber dann sehen wir was, das ist viel besser für uns. Dann sehen wir, wie wir unseren eigenen Tod entgegensehen, aber nun gut. Ja, aber sonst sehen wir gar nichts. Was ist daran besser? Ja, ihr habt recht. Manchmal macht die mich wirklich verrückt. Ich würde ja sagen, wir kaufen uns welche, aber ich glaube, es hat keinen Laden mehr geöffnet. Natürlich nicht. Weiß ihr, wie jemand, wo die Ruine von einem ehemaligen Händler ist, der vielleicht sowas mal verkauft hat? Ich glaube, da hinten um die Ecke und dann, ähm... Links, links, um die Ecke. Ich glaube auch links. Wo ist eigentlich der Rondra-Tempel? Stücke mal, sammelt er da doch die Leichen. Oh, ihr fragt Sachen. Direkt am Brick-Low-Platz. Gehen wir vielleicht auf dem Weg da vorbei, oder? Naja, direkt auf dem Weg liegt es nicht, aber es ist kein großer Umweg. Das ist der Brick-Low-Platz. Na, ich denke gerade an den Zwölfgörter-Platz. Der Brick-Low-Platz war der nächste, oder? Ja. Ja. Weiter im Westen. Hm. Das ist in der Tat etwas ab vom Schuss. Nun egal, wir müssen sowieso sicher gehen, dass er überhaupt noch lebt. Und das nicht nur Gerüchte sind. Also. Nein, ich habe tatsächlich mich schon dort umgeblickt. Habt ihr ihn gesehen? Nein, er war beschäftigt. Also, das haben mir eben Leute gesagt, die dort, äh... an diesem Platz wohnten und ihn freiräumten. Nun gut, das soll mir reichen. Können wir ihm von Borenama berichten, wenn wir zurückkommen. Ach. Hatte ich nicht mal eine Laterne? Wo ist die bloß hin? Bestimmt kaputt. Ich glaube, ich habe den Sakraler liegen lassen. Ja, erinnerst dich. Hast damals die Laterne zerbrochen. Hast deinen Rucksack noch angezündet, als ihr in den Gängen unter Wehrheim gekrochen seid, in Richtung Auchalet. Ich gehe ihm die Fackeln holen. Links, rechts. Und immer geht normalerweise voran. Ja, siehst du den irgendwo? Ja, gemeinsam mit Raphim und Abelmir werdet ihr jemanden finden, der brennbares Holz hat, dass er euch dann eben auch als Fackel dann gemeinsam mit ein paar Lumpen verkaufen kann und so ausgestattet könnt ihr dann in Richtung des Rondra-Tempels gehen. Wo immer es ist, keine Ahnung. Ähm, warten wir dann auf die anderen? Also auf die Fackelholer oder wie oder was? Ja, die gehen kurz vor und können dann an der richtigen Stelle dann einmal kurz die paar Heller oder was auch immer das dann sind, können sie dann rüber tauschen und dann ist wie gesagt eine Sache von zwei, drei Minuten. Und dann habt ihr da... Also es ist kein richtiger Krämer, es ist einfach nur dann jemand, der euch Fackeln verkaufen könnte. Ich will auch eigentlich nur darauf hinaus, schaffe ich es noch, mir einen Pfeilblüten-Tee reinzuziehen. Ja, das würde ich auch machen. Wenn du welche hast, ja. Ja, dann mache ich das noch. In der Rund kann ich ja einen abschnauern, ich bin nämlich leer. Ja. Peter Ömer sitzt irgendwo bei seinen hier Atomreherfreunden und spielt Boltern oder so. Ja, die spielen bei Boltern. Was auch immer die da oben tun. Die spielen da dieses komische Spiel mit dem Messer, dass man sich dazwischen die Finger rammt auf der Tischplatte. Oh, das ist super! Das ist richtig spannend, vor allem, wenn die Leute besoffen werden. Na, da wird er gewinnen. Oh, da gibt es schon immer flinke Finger. So, aber Isarod, wo müssen wir denn jetzt hier bei den Trümmern langen? Das sieht ja alles furchtbar aus. Ja, hier mal einmal rüber und dann über diesen zerbrochenen Kopf, arme Travia. Und genau, da drüber jetzt. Ah, okay, das finde ich ja nicht gesehen. Da kommen wir schon zum Bricklo-Platz. Wenn wir schon so über den Trümmer-Götter-Platz laufen, blicke ich mal kurz um, steht die Statue noch da, wo wir sie gelassen haben? Die Statue ist exakt an dem Platz, ja. So, wo ist jetzt hier dieser, dieser Ron, ah, das soll der, ist der Ron? Der Große, der Große, ja. Ah, okay. War denn schon jemand hier in diesem anderen Ding da, wie heißt das nochmal? Da würde diese ganzen armen Leute leben. Das ist doch auch hier vorne. Nee, drinnen war ich da nicht, aber da muss wohl, es muss schlimm gebrannt haben, dort. Nein, gab es keine hohen Gebäude, die einstürzen konnten. Ihr findet wohl mal, man verliert wohl mal. Ja, mögt ihr recht haben. Dann geht mal schnell in diesen Ronartempel, wenn wir heute noch bis dahin laufen wollen. Nun seht ihr, das ist der Wert, äh, wenn man Wertempel baut. Dann bleiben wir auch stehen, wenn es mal hart wird. Nun gut, treten wir rein. Am Eingang könnt ihr sehen, zwei Sandsteinfiguren, Löwen, die Löwen von der Wachhort, die hier wach halten. Da könnt ihr euch das riesige Tor gehen und, äh, fangen werdet ihr von dem Geruch nach Tod, nach Gewürzen, nach Lavendel. Überall um euch herum sind dann Kräuter aufgehängt, die an den Balken runterhängen und, äh, überall dann, ja, Menschen. Menschen, Leiber, die hier nicht gestapelt sind, aber die eng an eng liegen und, ähm, in der Dunkelheit, ähm, ein paar rosige und talgige Kerzen, die dann das Ganze so ein bisschen einhüllen. Könnt ihr sehen, wie da ein Schatten herumläuft, der dann zu Bruder Stygomar gehört. Das sieht ja rechtlich schlimm aus hier drin. Nein. Dieser Tempel ist groß genug, um all die Leichen nicht, nicht wirklich aufzubaharen, aber werden hier gesammelt, bis sie dann gemeinsam abtransportiert werden. Der Buron Tempel ist zu klein für all die Leiber, die Buron zu sich geholt hat. Sagt, Bruder, sind bereits welche wieder auferstanden? Nein. Das ist gut, sehr gut sogar. Wir werden den Buron auch suchen. Dann aus Hinritz, um mit dem Drachen zu streiten. Wer lebt noch? Ihm ist es zu verdanken, dass der Schwarze Drache Abstand von seinem Plan nahm. Hoffe ich. Zumindest floh oder flog die Schwarze Drache wieder. Hoffe er konnte nicht das erreichen, was er wollte. Dies hoffen wir auch, aber wir werden sicher gehen. Sagt, Bruder, Stygomar, wart ihr die ganze Zeit während der Schlacht hier in der Stadt oder habt ihr vielleicht mit eigenen Augen gesehen, was unten im Süden passiert ist? Schüttelt nur bei dem Kopf. Wir werden euch berichten, was wir finden. Danke. Habt ihr diesen einbeinigen Rondra-Gewalten gesehen? Der predigt manchmal auf dem Platz oder schläft hier. Er hat sich nicht viel mit mir unterhalten. Weiß nicht, wo er ist. Tut mir gefallen, beidet ihn im Auge. Wir sind... ...trifft sich mit seltsamen Gestalten. Die uns ebenfalls, nun ja, sagen wir, obskur vorkommen. Wir sind einigen Laienpredigern begegnet, die geistig etwas verwirrt schienen. Ich glaube, davon gehört, dass die Prediger der Acht immer noch dort draußen stehen. Ja, doch, ihre Nachrichten wurden zunehmend, ich mag es kaum nennen, aber ketzerischer. Das ist nicht gut. War bisher noch nicht weiter draußen. Zeit ließ das nicht zu. Wir haben bereits nach den Neuniten geschickt. Falls... ...das Dorf noch steht. Wir hoffen das zumindest. Falls euer Dienst an einem Gottes erlaubt, solltet ihr euch ebenfalls der süßen Gnade Borons übergeben. Ich meine, den Schlaf, nicht den Tod. Ich hab mir schon gedacht, dass ihr nicht den Tod meint. Aber... ...schlafen, ...träumen, kann ich auch später noch. Wie erwünscht. Sag, Bruder, wir haben über ein... ...schwieriges Thema schon debattiert. Aber wäre es vielleicht sinnvoll, die Toten Ingram gefährlich zu begraben? Ich hab noch keinen Überblick. Alles, was ich sehe, ist, dass Menschenleiber reingebracht werden und rausgebracht werden, dass ihre Körper zerstört sind. Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll. Wenn wir richtig liegen, dann sind da draußen noch tausend und abertausende von Toten. Ich weiß nicht, wie viele Brüder... ...wie viele Brüder von Boren ich hier noch in dieser Stadt habe, die... ...die noch nicht bei unserem Herrn sind. Aber alleine kann ich das nicht schaffen. Die Gräber einsegnen. Mir fehlt die Kraft. Wenn wir welche sehen, sollen wir sie zu euch schicken als zentraler Sammelpunkt? Ja. Ich werde sie mir vorher allesamt betrachten. Bevor wir sie den Flammen übergeben und dann... ...auf, dass sie von Rädern gewogen werden. Vielleicht könnt ihr uns ein Schreiben aufsetzen, um... ...um Hilfe nach Puni zu schicken. Schreibt ihr einen Brief und ich werde ihn siegeln. Ich werde ihn lesen, siegeln. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und... ...klare Gedanken formulieren. Schreibt ihr einen Brief und ich werde ihn siegeln. Gut. Das werde ich tun. Passt auf, wenn ihr Thanos von Luring sucht. Überbringt ihm meine Größe. Wir werden. Sondern, keine Zeit zu verlieren. Und so brecht ihr auf. Durch das zerstörte Stadttor, Sonnengrund vorbei. Die Felder und Wiesen, die noch sehr unbeschädigt aussehen. Als ob hier nie etwas passiert ist. Aber wenn ihr nach Norden wieder blickt oder in Richtung Westen, nach Nordwesten, könnt ihr sehen, wie die Sonne gerade untergeht und der große Splitter der Brache einen gigantischen Schatten wirft. Hundert Meter lang ragt er in den Himmel. Sieht aus wie eine bizarre Sonnenuhr. Nach einer Meile erreicht ihr das große Borensfeld. Garetha-Nekropole. Die größte Nekropole des Kontinents. Seit Generationen könnt ihr hier eine Dornenhecke hochwuchern sehen, die doch sehr unbeschädigt aussieht. Unangetastet. Wenn ihr dann durch die Tore tretet und ein paar weitere Meter geht, könnt ihr sehen, dass gerade im Zentrum, wo der größte Tempel steht, seht ihr wie einige Gebäude eingestürzt sind, als ob hier etwas Massives gelandet wäre. Und Brandspuren. Schwarze, rosige Gräber. Verbrannte Pferde, Leiber. Und einen verbrannten Esel. Und er war auf jeden Fall hier. Weiß irgendjemand, wo die Gräber der ehemaligen Kaiser sind? Hm. Die sollten wir überprüfen. Bin ich sicher. Ich denke, wir teilen uns auf und gehen alles einmal ab. Sieht nicht so aus, als würden hier... ...und zu viele Unterhote herumstolpern. All die Lokis für eine gute Idee, nachts einzeln über einen Wohnangler zu stolpern. Und noch ist das nicht finster. Wir sollten an die ganze Sache logisch rangehen. Kaiser oder hohe Würdenträger werden ja meistens an so einer Art Prunkallee bestattet. Welche... Ich schaue mich einfach mal um und gucke mir, was denn hier am prunkvollsten aussieht. Ja. Der große Tempel direkt in der Mitte. Die Kaisergruft. Das war einfach. Das war einfach. Ich höre einfach. Denk halt, lass uns mal auf das zentrale Gebäude zugehen. Lass mich einmal schauen. Guck mir die Gebäude mal an. Ob es noch standfest ist. Baukunst, oder? Ist auf alle Fälle... Baukunst musst du nicht würfeln. Es ist zu großen Teilen zerstört. Der Eingang sieht sehr eingedrückt aus, als ob jemand Massives dort gegen gewütet hätte. Und auch im Inneren kannst du schon rosige Spuren sehen, ohne dass du reingegangen bist, als ob irgendein Feuerstrahl reingesandt ist. Die Steine in der Hitze geschmolzen sind. Unheiliges, elementares, reines Feuer. Würfelt mir mal bitte eine sinnschärfe Probe. Wenn ihr euch diesen Bohrenanger anseht. Viel? Alles nicht so viel. Alles nicht so viel. Ömer ist nicht da. Man merkt's. Wir sind blind. Iserron und Abelmir können jeweils links und rechts neben dem Esel zumindest Dracundas und Knaradukas wieder aufsammeln. Von einem Thorwader fällt jegliche Spur. Die Kugel und die Axt sind unbeschädigt. Aber vom Esel selbst ist auch nur noch Schlacke übrig. Also, ja, das kann man mit einer kleinen Tierkunde und mit dem Wissen, dass Iserron eben einen Esel losgeschickt hat, kann man das eben identifizieren. Und Jalan stolpert, ja, Tump umher, streicht über irgendwelche schwarzverbrannten Gräber, über irgendwelche Hügel. Jeras ebenso. Ein bisschen an zu weinen, wenn er das ganze Chaos sieht. Drafim kann hinter einer der Grüfte, das muss wohl irgendwie eine Gruft von Mersing oder von... Wie hieß der Mann, den ihr sucht? Eine Gruft von Luring sein. Kannst du sehen, wie da jemand, der schwer verbrannt liegt, hat den Helm wohl abgenommen und windet sich da wohl. Jammert. Ist das Dwells von Luring? Sonst ein bisschen näher auf ihn zu. Macht bitte Licht. Dunkelheit. Sie ist so finster. Hey, 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 ich hab diesen Luring gefunden. Komm, man, hier hat der Fackel und Leuchtung über sein Gesicht drüber. Ich eide herbei. Schwer vernarbt. Könnt ihr sehen, wie Luring da liegt. Kettenhemd ist wohl auch weggebrannt, hat den Helm dann verbeult, weggeschmissen von sich gerissen. Hat sich dann noch versucht, Teile der Kleidung, Teile der Rüstung abzuschneiden. Liegt dann da schwer vernarbt, schwer verbrannt, dort und wimmert. Angst vor der Dunkelheit. Macht Licht. Bitte spendet mich. Kann diese Dunkelheit nicht ab. Bleibt ganz ruhig. Ich nimm doch, aber mir halt die Fackel näher heran. Nehme ich mal näher hin zu ihm? Wollen wir Licht, das reicht nicht. Ich berühre mal seine Augen. Hat er Augen offen? Hm, Augen sind offen. Er schaut doch auf die Fackel. Einen panischen Blick. Auch in viel mehr Licht. Weg dann zu Dämmern. Ja, das ist ein Fall für euch. Ich stehe irgendwie so hinter euch, drehe mich immer wieder um nach jedem Schatten, den ich irgendwie bewegen sehe. Ich mag diesen Ort ganz und gar nicht. Ich beobachte mal die Bewegung von den Pupillen von Davon aus von Luring. Also ist sein Augenlicht mit in Mitleidenschaft gezogen worden? Ne, die funktionieren. Seine Augen funktionieren, aber er hat schreckliche Angst vor der Dunkelheit.